herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn ich die videos hier auf dem kanal gefallen würde ich mich natürlich riesig über ein aber freund schreibt gerne feedback in den kommentare und lasst auch gerne bewertungen auf dem video da und jetzt schauen wir uns den shop an man sieht ja auch anderen shop also im richtigen geld shop gibt es auch anscheinend etwas neues also wahrscheinlich neues paket also gehen wir erst an item shop wir haben heute eine menge grüne skins und zwar die citrus skins hat eine ziemlich aufgewählte aufgewählte frisur sieht aber eigentlich ziemlich in eis aus zum schlicht gehalten ist auch ein blaues skin geht auf jeden fall klar die skins hier gefallen mit designtechnisch wirklich kann sich auch kaufen dann haben wir hier aus dem sandsturm set ewige sander ist nice skin kann man auch einmal die maske abnehmen einmal kapuze abnehmen die farben gefallen mir auf jeden fall kann sich definitiv kaufen dann die männliche version ski meter hier selbiges eine maske abnehmen und einmal komplett die kapuze abnehmen sieht auch ziemlich cool aus mit dem gold schwarzen gefällt mir auf jeden fall aber hier emblem ich finde der effekt sieht eigentlich auch ziemlich nice aus das rot finde ich nur nicht ganz so treffen dazu werden andere farben besser gewesen dann haben wir die kunden chrono contrail ist ein ziemlich nice contrail vor allem man kann ihn im shop kaufen dadurch ist er für jeden zugänglich und die effekte sind ziemlich nice kann man sich auf jeden fall kaufen dann haben wir hier den cloak shadow war auch schon lange nicht mehr drin ist ein cooler skin mit den ganzen schatten effekten sieht das auf jeden fall cool aus kann sich kaufen dann aber jetzt sind kerzen künstlerin mit dem kleinen und im prinzip als backpack ist jetzt nicht so mein fall wobei die farben ganz nett ausgewählt sind haben die sauer lackierung sieht so ein bisschen aus wie die schlurff lackierung so vom design her kann man sich auf jeden fall auch kaufen namens signature schaffen mit coolen effekten macht es auf jeden fall gern wenn so schön viele effekte noch hat kann sich auf jeden fall kaufen aber abfeiern tatsächlich grüne emote mit der musik diese relativ aufwendig ist muss man dazu sagen auf jeden fall nice kann man sich definitiv kaufen und dann ist jetzt die frage was hier beim shop neu ist ich meine die beiden sachen waren schon drin also keine ahnung ich meine es ist ja ein neuer ein neuer skin angekündigt wissungsweise ein neues set was reinkommen soll das auf jeden fall mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten video